Hallöchen liebe Zuschauer zur 14. Episode. Heute ein Heimspiel gegen VfB Stuttgart und auswärts in Bremen. Also zwei Ligaspiele und mit einem fitten Erling Haaland. Der hat ja die ganze Partie gegen Prag nicht mitmachen müssen. Auch bei der 1-5 Schlappe in Frankfurt. Die Älteren unter euch werden es wissen. Hat er auch nur in der Halbzeit gespielt. Also sollte der ja einigermaßen schon fit sein. So, Ansgar Knaufe leider verletzt. Aber nichts langwieriges. Lukasz Piszczek wieder da. Zwar ist wieder registriert. Der ist ja an der Champions League nicht registriert. Warum auch immer. Menje braucht noch 10 Tage bis 3 Wochen und Julian Brandt 6 Tage. So, Tomei Ansgar Knaufe auf die Bank. Und eventuell, wobei es hier sieht eigentlich ganz gut aus, außer Roman Birki kommt noch rein. Für den guten Marvin. Moin sind auch an Lucky Lux im Chat. Ja, es wird auch heute wieder live aufgenommen. Ihr kennt ja die Leier. Braucht ja nicht mehr zu sagen. So. Nur weil ich will. In der Videobeschreibung ist der Link. Oder einfach nach Dentu suchen. Suchen. D-E-N-N-T-O. Viel schreiben ich mit einem N, aber nee. Zwei. So, in der VfB Stuttgart, die in der Realität eine sehr, sehr gute Runde spielen bislang. Auch schön Fußball zeigen. Natürlich schon viele Punkte auch unnötigerweise abgegeben haben. Aber das ist natürlich auch nicht unbedingt anders zu erwarten gewesen. Hier steht letzte sechs Spiele, aber es werden immer nur fünf angezeigt. Minibug gefunden. Gut, ich bin bestimmt nicht der Erste, der es gefunden hat, aber jedenfalls sehe ich es gerade. Let's go. Also, die Niederlage gegen Frankfurt, die Klatsche in Frankfurt wieder gut machen. Mit drei Punkten. Also, Lacky-Lux Knauf hat bislang 70 Minuten gespielt in der Champions League gegen Slavia Prag. Gute Note gehabt, aber hat sich dann vernetzt und ich musste ihn auswechseln. Aber an sich, ich glaube aus dem könnte ein guter Spieler werden. Vielleicht nicht ein Stammspieler oder so, aber zumindest jemand als guten Bäcker, wenn man ihn richtig entwickelt. Und vielleicht auch nächste Saison oder zur Winterpause ausleihen. Überdeh ich mir noch. Oh, Köln hat zwei Punkte ran gekommen, aber der hat natürlich schon gespielt. Können den Vorschwung wieder auf vier Punkte erhöhen. Auch nicht schlecht, der erste FC Köln auf Rang zwei. Die Bayern nur vierter in Anführungsstrichen. Für die Bayern ist das schon sowas wie ein Abstiegsplatz. Wainer, vorher gut von unseren Abfälschspielern geklärt und jetzt geht die Post nach vorne ab. Gio Wainer heute wieder in der zentralen Rolle als offensiver Mittelfeldspieler. Das war sehr vorgeschobener. Schöne Verlage auf Reus, der legt weiter auf Rafael Guerreiro. In der Mitte ist Ernie Haaland und er findet ihn auch. Schöner Spielzug. Witzel wunderschön raus auf Marco Reus. Erneut eine gute Seitenverlagerung. Er hat nichts, was ich von dem vertikalen Spielmacher gewünscht. Zalo Castro, der ehemaliger Dortmunder und Wuppertaler, gemütlich auch. Stenzel, sehr einfach vorbei. An Guerreiro. Pascal Stenzel, auch jemand aus der Dortmunder Jugend. Hat, glaube ich, bis zur zweiten Mannschaft gespielt. Danach hat man ihn abgegeben an den SC Freiburg. So, nächster Angriff. Mats Hummels. Lukas Piszczek. Witzel, Haaland, sehr schön. Gelegt auf Jadon Sancho und er lupft ihn über den Keeper. Also das war mal ein wunder, wunderprächtiger Treffer. So wollen wir das nochmal sehen. Gucken wir uns das nochmal an. Piszczek, Witzel, verteilt ihn auf Haaland und er legt direkt weiter auf Jadon Sancho. Und er macht es natürlich Weltklasse. Aber man sieht das bei Erling Haaland auch bei der 1 zu 5 Klatsche. Er kam rein und hat das 1 zu 5, also das eine Tor für uns, sehr schön vorgelegt. Der hat nicht nur einen unfassbaren Torriecher, der ist zumindest auch hier im Spiel super stark im Kommunationsspiel. Sancho war an allen vorbei. Also wenn das kein V-Spiel in Haaland war. Der hat doch eine Rolle gemacht. Ja, das stimmt, Malte. Die machen auf jeden Fall unterschiedliche Tore. Ein höheres Repertoire. Jedes Tor war nicht gleich, aber klar, irgendwann hat man schon alles gesehen. Bei dieser Chance hättest du jetzt gewusst, er wird ihn einfach geradeaus flach schießen. Delaney staubt ab zum 2 zu 0 mit Köpfchen. Sehr schön. Schauen wir uns nochmal an. Marco Reus hummelt Gregor Kugel mit einer super Parade, aber natürlich nicht unbedingt sein Fehler, dass der Ball direkt auf den Kopf kam von Thomas Delaney. So, Sancho war glaube ich am ehesten, da ist zur Pause eine Pause. Marco Reus ebenso. Ich denke, ich stelle nach links Depay und rechts kann dann Gio Weiner vom Zentrum nach vorne gehen. Wobei auch er eine Pause braucht. Da wäre jetzt ein fitter Ansgar Knauf natürlich super. Ja, ne Malte, es gab auch keinen Luftfaktore beim letzten FM, das stimmt. Sancho versucht es direkt. Er hätte eventuell noch abspielen können. Aber wollen wir mal nicht zu streng sein hier. Mit dem guten. Witzel, vielleicht nur mit dem 3 zu 0? Ne. Sehr aktiv wollte der Belgier. 206,8 hier laut Spiel, aber für mich wird der Beste. Auf dem Felde. So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen rotieren für Jadon Sancho. Kommt, wie gesagt, Memphis Depay. Okay, Marco Reus bin raus. Ja, dann haben wir trotzdem Weiner rechts und Bellingham dann auf die zentrale Position. Gio Weiner ist immer noch ein bisschen fitter als der gute Engländer. Der andere Engländer mit dem Operator. Wir haben dann nachher, glaube ich, noch 3 Spiele in diesem Jahr und die wollen wir nach Möglichkeit alle gewinnen. Zwei in der Liga und einmal im Pokal. Kommt, zwei, drei Tage vor Weihnachten. Hochheiligabend. Schön kombiniert vom VfB. Erik Tommi. Roman Bürki. Super Parade. Super Parade. Das sah schön aus. Natürlich muss der VfB jetzt ein bisschen mehr Druck machen. Deswegen jetzt ein 3 zu 0 und eigentlich werden alle offensichtlich beim Jungen wohl im Keime erstickt. Giovanna. Super Dynamik. Tolle Vorlage auf Thomas Delaney und der Dene mit einem Doppelpack. Was ist denn los mit dir hier, Thomas? So, Guerrero wird wieder geschont. Nico Schulz auf die linke Seite. Super, super Vorlage. Und wen haben wir noch auf der Bank? Ja, kurz überlegt Julian Brandt, aber ich will nicht unbedingt unnötigerweise jetzt noch konditionell zu selber beanspruchen. Machen wir mal Moda Hood. Und Bellingham. 40 Minuten von rechten Mittelfeld. Also im rechten Mittelfeld kriegt er auch hin. Da hat man gerade aber auch sehr, sehr gut die Fähigkeiten gesehen von Giovanna. Depay. Vielleicht noch mit einem? Nein. Schön rausgespielt auf Vuka-Spielcheck. Abseits. Oh, das kommt bestimmt jetzt ganz einfach vorbei am Gegenspieler. Nein. Ich habe nichts gesagt. In Nikas habe ich gesagt. Delaney. Nicht nur torgefährlich, dann auch gut in den Tacklings heute unterwegs. Gut zurückgelegt. Schulz. Oh Gott. Mit dem 14. Was war das denn? Das war der fliegende Norweger. Kennt ihr doch den fliegenden Holländer? Robin van Persie. Das ist jetzt 2.0. Das war mal ein geiler Treffer. Wie er da reingeflogen ist. Und zack. So kann man es auch machen. Gut. Dann. Vielleicht mal. Moment. Nico Schulz. Ich tue Piszczek in die Mitte für Mats Hummels. Und schmelze auf dem rechten Flüschel. Aber ich hätte da auch Ansgar Knauf rein tun können, oder? Bei dem Ergebnis. Und der ist ja noch ein bisschen angeschlagen, aber ich sitze eh zu spät. Ach, der Kiefer lag schon auf dem Boden. Insgesamt natürlich eine sehr, sehr souveräne, tolle Partie von uns. Moin sind FCN-Fan. Schön, dich mal wiederzusehen. Heu ist hier, die Hollywood-Bulle ist auch dabei. Hallöchen. Aurel Mangala Pascal Stenzel. In der Vorlage praktisch von Schmelle war das, glaube ich. Ja. Ungewollt natürlich, aber gefährlich. Warte, wenn die Webcam ein bisschen runtersetzen hier. Die ist ein bisschen zu hoch, nach meinem Gefühl. So. Das sieht doch schon mal besser aus. Bin ich etwas höher hier. 90% Ballbesitz. Jetzt nochmal ein Freistoß von Erik Tommi. Das sah für mich gerade so aus, als hätte er den Kopf von Birke getroffen. Schmelle auf der rechten Seite. Schön ins Zentrum. Schmelle auf der rechten Seite. Man muss nur sagen, Ruko Schultz ist hier im Spiel eine sehr gute Alternative. um mal den guten geräu zu schonen dann war gerade matteo klimovic bei den haben wir jetzt kann ich nicht mehr wechseln und ich 92 so späte verletzungen sind die schlimmsten wie ich finde rein vom ergebnis her ist schon alles entschieden und dann noch eine verletzung kurz vor schluss sehr schön 4 zu 0 direkt wieder in die erfolgspur gefunden was hat berlin ok der wird jetzt wahrscheinlich die letzten spiel nicht unbedingt mitmachen eventuell im pokal das müsste man aber noch so ins auswärts werder bremen danach noch ein auswärtsspiel in berlin unten pokal spiel auswärts beim ersten fc nürnberg dem zweitligisten apropos erst der fc nürnberg der ist ja gerade hier im chat drin in twitch der fan da kannst du ja mal sehen wie es gegen nürnberg spiel passiert ja nicht häufig mit dort mal bei der bei der glaube ich auch im letzten safe nicht unbedingt aufgestiegen sind oder bestimmt mal ein zwei jahre ja das stimmt mal klein muss ja es stimmt eigentlich schon hier gibt es nur extreme ergebnisse bei mir entweder verlierst 5 1 oder gewinne 4 0 hat es denn hier los krass mögliche wurde ja mal zwei tore da aber dann sind da immer mindestens drei hier 50 41 40 ja schon ein bisschen viel aber insgesamt steht auch die defensivere war jetzt mal frank und weg das ist für mich das wichtigste ravi tagier wollen die alle nicht verkaufen viktor zygankov guck mal was kommt weiter wird nicht gut sein jesus corona toller nachname klingstle kommen rein vom preis her muss man sagen jemand den man sich kaufen sollte oder auch super schnell auf der linken seite eventuell für marco rolls aber das wäre jetzt nicht so ein transfer den ich normalerweise mache nabil bentalab ich weiß noch beim vorletzten fm 2019 habe ich hier mal gekauft und er war das so gut und jetzt schon mal ein bisschen abgenommen hier kopminers ein sehr guter alfmeterschüsse die So, gegen wen spielen wir im Achtelfinale? Unsere möglichen Gegner Atletico, Ajax City, Realstadt, Rennes, Lazio, Paris und Bayern. Ich mach mal direkt sofort. Unser Gegner ist Lazio Rom. Ein alter Bekannter, wenn man mal die Realität mitnimmt. Aber natürlich ein Gegner, den wir normalerweise schlagen müssen. In zwei Partien sowieso. Der Hut. Bitte. Aber wenn wir schon hinkriegen, drei Partien ohne ihn. So nicht unbedingt Stammspieler, sondern jemand, den wir häufiger mal reinwerfen. Gut, Emre Can kann wieder. Brandt noch immer nicht, natürlich. Er braucht noch drei Tage. Okay, Rainer, dafür kann sie wieder da. So, Emre Can für Thomas Delaney, auch wenn er sehr gut performt hat. Ja, mal so wirklich, mit allen Pokalspielen, ab der zweiten Liga runter kriegt man locker über 60 Spiele. Das ist wirklich, als würdest du mit einem Top-Team in Deutschland spielen. Oder allgemein, ja, in der Top-Ligen spielen. Mit Champions League, mit Pokal und Liga. Das ist wirklich krass. Wobei, Thomas Delaney hat so gut gespielt, da war es doch blöd, ihn nicht spielen zu lassen, ne? Komm. Never change a winning Delaney, sag ich es immer dazu. So, Favorit sind wir natürlich alle mal. Mal ohne jeglichen Wechsel, glaube ich. Jeder hier kommt gerne zur Arbeit, weil die Stimmung einfach positiv ist. Ein gutes Arbeitsklima ist das Beste, was man haben kann. Sag ich es immer. Ja, Winterpause gibt es auch nicht, ja. Wobei, jetzt in der Bundesliga gibt es die Saison ja auch keine Winterpause aufgrund von Corona. Ich glaube, im dritten oder vierten Januar geht es ja direkt weiter. Was ich jetzt als Fußball-Fan, als Zuschauer natürlich geil finde. Guter Ball auf Erling Haaland. Erste Gelegenheit für unseren Norweger. Elf Zuschauer sind wir gerade. Dankeschön an jeden Einzelnen. Wies check. Und da ist er wieder. Tolle Flanke auf Erling Haaland. Gefährliche erste Minuten. Er ist zu stelle, die Braut. Oder Braut, oder wie auch immer man das auf norwegisch ausspricht. Guerreiro in die Mitte auf Erwainer und der macht den Ball. Also spielt ihn genau, wie ich es wollte. 14 Schüsse und 61% Ballbesitz. Auswärts in Bremen. Ja klar, ohne Zuschauer, Malte, ist natürlich nicht dasselbe. Das stimmt. Klar, aber es sind mir lieber Spiele ohne Zuschauer, als gar keine Spiele, wenn es jetzt nur darum geht. Aber mit ist es mir natürlich tausendmal lieber. Witzel. Jetzt hoffentlich können wir dieses Tempo hier durchhalten. Können die Laney am wenigsten Konditionen. Dann kommt gleich auf jeden Fall Emre Can auf seine Position. Und die Achselblitzel müssen wir mal gucken. Normalerweise würde ich wahrscheinlich jetzt Dahoud reintun, aber der ist ja verletzt. Okay, am Ende ging uns wahrscheinlich so ein bisschen die Offensivlust flöten. Emre Can. Brand noch nicht so wirklich. Witzel wird wahrscheinlich durchspielen. Dafür kann Brand, denke ich mal, in drei Tagen wieder. Depay für Marco Reus. Seltsam ist es auf jeden Fall Malte, klar. Für jeden. Jetzt vielleicht mal die Bremer. Marco Friedl auf Davy Selke. Natürlich Kopfballstark mit seiner Größe. Nein, Konter. Jadon Sancho. Jadon Sancho. Gio Reiner. Vielleicht wieder mit so einem dynamischen Dribbling wie mal vor zwei Partien, glaube ich war das. Reiner. Er zeigt sich auf jeden Fall. Das kann ihn keiner absprechen. Guerrero. Emre Can. Vorlage ist Torb Axel Witzel. 1-0. Da ist er wieder. Und nach direktem Joker-Tor. Vorlagekampf durch Axel Witzel. Und Emre Can auf dem zweiten Frosten. Hatte was von FC Köln, ne? Die zwei Tore von Schkiri. Die ist er wehgetan. Ach komm. Julian Brandt kommt rein für Reiner. 30 Minuten. Kriegst du hin. Erling Haaland nochmal. Jetzt würde ich gerne noch Nico Schulz rein tun. Immer sehr aktiv. Er ist auch ein sehr schneller Spieler. Einen Wechsel haben wir noch. Eventuell würde ich gerne Haaland schon und Rainier eventuell wieder rein tun. Ich stecke. 2-0. Jetzt ist keine Reine hier auf jeden Fall rein bei dem Spielstand. Der Huckasch. Schöner, satter, flacher Rechtsschuss. Eigentlich ist in die Torwart-Ecke, aber nicht so einfach zu parieren. Wie man vielleicht denkt. So, jetzt kann man auf jeden Fall loben für eine sehr souveräne Auswärtsleistung. Gibt an sich schon eine relativ schwache Bremer, die offensiv nichts gezeigt haben. Schulz. Gute Flanke auf Depay. Die Bremer auf Rang 15. Auch hier eher am Abstiegskampf. Da sehe ich sie auch in der Realität. Auch wenn sie mittlerweile noch, beziehungsweise bis jetzt noch ganz gut dastehen. Aber ich glaube, dass es eher weiter nach unten gehen wird als andersrum. Also die Grafikeinstellung. Bei hoch ist es mir damals abgestürzt. Also mein PC. Ich weiß jetzt, ob es daran liegt, aber ich will jetzt nichts riskieren. Deswegen. Mittel ist ja jetzt nicht so viel schlechter. Vor allem die Spieler selbst. Ich habe mal auf dem Niedrig gemacht. Das ist eine andere Welt. Das sieht aus, als würde man... Rani ist schon wieder verletzt. Ah, ja, immer noch wahrscheinlich, ne? Wenn man auf Niedrig... Als nur eine Stufe niedriger macht. Das sieht aus, als würde man hier Football Manager 2000 spielen. So, das war's. So, meine lieben Zuschauer auf YouTube. Das war's dann auch von dieser Seite. Wir sehen uns morgen wieder mit den letzten zwei Flichtspielen des Jahres. Habt noch einen schönen Tag. Tschüssi, Kowski. Tschüssi.